Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Normalerweise spiele ich ja immer Solo-Betzeroyal, aber heute spiele ich mit meinem Freund Conor. Und heute starten wir gleich rein im Team Nicht-Auffüllen-Betzeroyal, nicht-Duo. Und wir starten gleich rein. Natürlich kleben wir alle wie immer. Also wenn keine Super-Threads drin sind. Ich hoffe, es sind jetzt nicht nur 6 Bugers drin. Ja. Okay. Ich wollte heute einmal rein. Und dann, da sind dann nur 12.000 Leute und dann. Und dann stand ich der Ziel, wie der Warteschlag. Das ist wirklich komisch. So wie ich schon mal. Wirklich? Ja. Krass. Oh, die Kamera hat kurz gewackelt. Okay. Ich bin jetzt im Launcher. Geil. Ja. Okay, holen wir ebenso schön. Oh, hello. Danke, seid friend. Aber wir versuchen, okay? Ja. Auf jeden Fall versuchen wir. Oh, mein Aave ist gerade nicht da. Okay, dann, wo landen wir? Keine Ahnung. Fancy Fields. Okay, dann landen wir Fancy Fields. Da müssen mindestens 8 Leute landen. Also 2 Teams. Auf einmal landet ganz gut. Oh, ne, auf einmal sind da so 28 Spieler. Ja. Ja, okay. Dann starten wir gleich rein. 5 Sekunden sind wir im Match. 16 Millionen Kills holen wir. Okay. Die hat ja einen da, hat diesen Besen über uns. Oh. Ey, die Wolke kommt immer näher. Ja, 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 ja. Bro, heute schluss 20. Mai. Und am 24. Mai ist irgendwas. Heute ist der 16. Das 4. 20. Oder? Du bist dumm. Also, guck mal, nein, du bist nicht dumm, aber du musst einmal kurz auf das Datum gucken. Es ist heute der 20. Okay, dann in 4 Tagen, 90. Und in 9 Tagen ist mein Geburtstag. Sorry. 7. Okay, hier landet ich. Und in einem Monat und in einem Monat und in sechs Tagen ist mein Geburtstag. Sorry. Sorry. Oh, shit. Oh, ne, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh mein Gott, das hab ich gemacht. Ich bin dumm. Ich warg erst mal ab. Ich bin voll dumm. Ich hab mich konzentriert. Oh, ne. Du sprichst so. Du wuschst zu mir. Ja, sorry Leute, okay? Bei mir ist jemand? Ja, glaub ich. Da schaust du es hin. Hoffe ich. Und nie. Boah, ich hab nur ne Maschinenpistole. Bot, Bot, Bot. Ich hab nur ne Maschinenpistole. Free Kill. Free Kill. Ich hab nur Free Kill gezettet. Nein, boah, 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 boah. Nein, ich fülle nicht mehr auf. Ich fülle nicht mehr auf. Ich fülle nicht mehr auf. Oh mein Gott, ich fülle nicht mehr auf. Du bist hier halben Lobby. Dicke, echt. Du bist durch den Busch. Oh nein. Du bist hier halben Lobby gewesen. Ich komme bitte. Ich komme gleich. Schnell, 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 schnell. Ich kann nicht mehr. Dicke, der schmeißt mich weg. Okay. Du kannst vielleicht mal ne Bukaschen gehen. Okay, dann geht der halt weg. Easy peasy. Wurde ich mich hier? Ja. Oh shit. Ähm, okay. Das ist ja, das war ja ein perfekter Start. Oder? Naja. Naja. Ich meine, ist ja ironisch. Nee. Okay, dann gehe ich. Ich komme gleich wieder. Jipp. Okay. Oh ja. Und Leute. Ähm. Ich schreibe in die, ich pinne in die Kommentare, mein Freund, äh, Conans Channel an. Äh, ihr könnt gerne zu ihm abonnieren. Super Typ. Hat auch super Videos. Oh, ich hab vergessen, was ich will bebooten. Warte. Tut mir leid, tut mir leid. Ich war gerade bei meinem Kopf woanders. Super Typ. Ich will beobieten jetzt aber. Ich will beobieten. Oh, der ist super lustig. Oh doch. Okay, okay. Ich bin gut, Leute. Hab's hier. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Sehr doll. Das stimmt sehr. Oh, oh. Sorry, sorry, sorry. Ich kann dir meine, ähm, blaue, ähm, blaue, ähm, oh, hier ohne Ohren. Komm her, komm her, komm her. Er ist ganz gut, oh mein Gott. Er ist tatsächlich. Oh, schuldig, ich hab gar keinen Eben. Wo ist es? Super, Leute. Guckt, wie krass er auch ist. Echt für dich? Für dich? Für dich? Nein, ich bin nicht. Broke, der nämlich. Erinnere mich, der nämlich. Falsche Waffe. Okay. Er carried mich gerade. Ich hab nur einen Kill. Also, ich hab eigentlich schon das Loot. Gutes Loot gerade. Da ist ein Loot. Hier ist du bei uns. Und? Kannst du holen? Was? Ey, du weißt, was du nicht machen darfst. Ey, ich hab jetzt zuerst. Okay, okay, okay. Bro. Bro. Bro, Bro. Bro, Waddle. Ähm. Okay, okay. Okay, okay. Komm gleich. Mach noch die chest hier. Oh, okay. Dann hab ich das mitge... Boom. Okay, okay. Boom, 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 boom. Ey, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Okay. Ich bin auch voll. Ne, ich bin lieber die Gatekeeper. Ja, okay, okay, okay. Die haben wir das Beste. Für mich die Gatekeeper. Bestimmt. Was ist eure Lieblingsshotgun? Schreibt in die Kommentare. Okay, wollen wir jetzt Kills holen? Ja, Thomas. Ja, Kill. Oh, ich kann schon Autofahren. Oh, wenn er das sagt, dann muss ich immer daran denken, wie ich Autofahren. Da ist jemand. Oh, den hab ich nicht getroffen. Ich glaub, das war ein Handyspieler. Ich weiß nicht. Oder ein Box. 83. Den hol ich hier. Muss nachladen, aber er kann eh nichts. Der andere ist auch nicht gut. Warte, den anderen hol ich dran. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, jemand hat mich abgeschossen? Welche sind die Land? Ach, dein. Wir haben den Pickaxen, das ist der Pickaxe. Er kann, wir pickaxen ihn, Leute. Komm, Kinnan. Auch Galexie, aber so ein Fake-Galexie. Wir haben ihn rasiert mit der Pickaxe. Oh, mein Gott, ja. Okay, das war gut, das war gut, oder? Ich brauch Floorbers, ich brauch so viel. Ey, brauchst du den? Hier? Das ist ja nicht, da. Mit geht's? Nein, alles gut. Okay. Okay. Wir haben einen auf jeden Fall zusammen gepackt. Ich glaube, es gibt diese Vans, sonst will ich nur. Stimmt. Es gibt nur noch diese hier. Was? Was? Welche? Nur noch diese Autos gibt es hier. Diese, diese D-Klassen. Ja, ich, äh, diese, ja, diese Vans, die sind, glaube ich, weg. Ja, die waren immer voll gut, wenn man wegfahren musste, aber, weil, weil, guck, das geht ganz schnell immer kaputt. Ja. Aber vielleicht, aber es war schneller, das ist auch schon wieder ein Vorteil. Oh, es ist ja jemand drin, fahrt durch. Ah, ja, guck. Oh! Oh, ich vergab ihn, ey. Oh mein Gott, Leute, ey, okay, darüber reden wir nicht. Warte, den kann ich holen. Ich hätte schossen ihn einfach. 77, right, we'll do him. Hat sie noch einen Teammate? Ja, 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 da hast du nur nocht. Was ist eigentlich? Ich will nur. Oh, bei mir schießt die Vierer, schießt die nicht ab. Ab ihn. John Wick. John Wick auch dort. Okay, alles gut. Die haben wir rasiert. Wie viele Füße hast du? Ich hab fünf. Ich hab sie. Super. 7, 2. Okay. Oh, mit der Youngleute kommen wir in unsere Richtung. Komm, komm, pushen die Kamera. Warte, warte. Hast du genug Mails? Ja, ich hab kein Mails. Ich hab 1.500. Insgesamt. Ja. Und ich hab auch kein Mails. Okay. Boah, bist du dir sicher? Ich glaube, es ist so ein Teammate. Wofür schon. Oh, ich bin tot. Oh, mein Gott. Geh mit Auto, geh mit Auto. Oh, mein Gott, run. Oh, nein, es war gar keine Mails, die Idee, glaube ich. Schaffst du, der Kunde, schaffst du. Oh, mein Gott, die Show-Lubs sind FMCS. Du bist ein FMCS. Ey, geh nochmal mit deinen Schocken. Kenan. Oh, mein Gott. Mach nochmal, nochmal. Kenan, ich glaub, du bist ein FMCS drin. Nimm Band-Aids. Versuch irgendwie wegzurennen. Oh, nein. Wow, 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 wow. Komm, oh, nein. Die kommen. Du hielst dich im Wasser. Oh, nein, siehst du rein rein. Was ist auf, hinter dir? Oh, ey, aber starke Runde. Ist das, das waren, bis jetzt 13 Minuten. Wollen wir noch eine Runde spielen? Ja, komm, wir machen 1v1. Ja, komm, wir machen 1v1. Okay, okay. Machst du vielleicht so 10 oder 5 Minuten machen wir jetzt 1v1, Leute? Okay. Und was machen wir 1v1? Peace Control. Okay, peace control. Okay, eins gegen eins. Solltet ihr euch ansehen? Ja, okay. Privat? Privat? Okay, komm. Jetzt. Bereit? Okay, ich muss, ich schwitz jetzt rein. Ich auch. Aber die Medellin-Leute waren für die einzigen Routen im Spiel. Aber wir haben auch mit den Teams gespielt, also. Ja. Achter Platz in Teams. Ja. Ist gut. Ja. Okay. Wir starten rein. Ich bin schon drin. Ich warte auf meinen Freund. Ja, ich bin ja zum Launcher. Launcher, 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 Launcher. Wie immer könnt ihr gerne zu mir abonnieren. Und natürlich zu meinem Freund Conor. Paul? Ja? Mein Vater hat mir seine Kamera halt geschenkt. Oh, cool. Die macht jetzt so 4K und so. Die ist saubiert. Die ist echt krass. Deswegen können wir auch Real-Life-Videos machen, wenn du willst. Oh, können wir gerne mal machen. Mein Gesicht habe ich eh schon gezeigt. Also. Same. Können wir gerne auch mal Real-Life-Videos auf dem Fußballfeld oder irgendwas machen. Oh, wenn wir spazieren können. Ja, wenn ich darf. Oh, stimmt. Das ist so. Oh, mein Gott. Okay. Ich nehme für die Mütische Havok. Ja. Ja, Mütische Havok. Ja, okay. Ist auch gut. Oh, oh, oh. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Oh, oh, oh. Das war knapp. Das war knapp. GG, GG. Oh, nein. Oh, mein Gott. Du hast mein Headshot verpasst. Oh, ich wollte eigentlich eine Wand platzieren. Oh, ich wollte eigentlich eine Wand platzieren. Oh, shit. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, ja. Ich bin so ein kleiner Halter. Oh, ich bin so ein kleiner Halter. Oh, ich bin so ein kleiner Halter. Nein, ich habe da eigentlich eine Wand gebaut. Ey, GG, das war gut, das war gut. Okay, okay, okay. Komm doch zu mir. Nein, nein. Nein, ich hätte doch aber auch genau auf deinen Kopf geschossen, was ist denn hier? Wie ist das? Nein. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Nein. Nein, nein, nein. Oh, du hättest mich aber auch gekillt, wenn du deine Pump benutzt hättest. Okay, 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 okay. Ich bin wieder zurück, ich bin wieder zurück. Oh nein, warum hast du jetzt schon... Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schwitze gerade so hart. Oh, hier ohne. Nein! Oh. Oh mein Gott. Leute, das war so knapp. Was? Nein. Okay, das war ehrlich gut. Das war richtig gut. Aber du hast dich eigentlich zuerst getroffen, glaube ich. Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott. Er will dann doch nur noch eine Runde? Ja. Aber diesmal keine Hammerpump. Hammerpump? Nein, Hammerpump weißt du. Nein, das ist doch nicht. Das war deine Wand übrigens. Oh. Didi, Didi. Hello, Dark and Smile open. Okay. Noch, noch, noch. Noch ein Spiel machen wir. Ja, aber nur noch eins. Dann können wir. Dann hören wir auch mit dem Video auf. Und dann nächstes Mal, äh, sehen wir uns wieder in ein Video von Conan. Ja. Und dann gerne könnt ihr auf seinen Channel gucken. Dann ja. Ja, ja. Dann kommen Videos mit ihm auch. Ja, und auf meinen Channel kommen natürlich auch Videos von ihm, äh, mit mir. Oh, warte, ich muss mich konzentrieren. Oh, shit. Der kleine Sprayer. Sprayer ist nie noch. Oh mein Gott. Schuss. Oh. Oh, moin. Das war... Wie viel Leben hat dies hier? Oh, moin. Oh, moin. Die geschossen. Warum, 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 warum? Warum habe ich mein Mini geworfen? Warte her. Ich habe mein Mini geworfen. Ich glaube, ich habe Warlex. Ich glaube, ich habe Warlex. Oh, okay. Ich muss... Ich muss... Ich... Oh mein Gott. Hä? Aber du hast dich doch zuerst getroffen. Ich schwöre. Ich muss brainen. Ich bin leid. Ich schwöre, das ist irreloses Brainer. Hä? Tut mir leid. Leid. Tut mir leid. Oah. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich sehe dich. Ich weiß, ich weiß, dass du da bist. oh komm ich bin so krass ne sag das nicht oh nein oh mein gott Leute das war krass ich hab alles geboxt oh ich hab doch gar nicht geschossen gefühlt und hatte schon getroffen oh ich hab keine Rampen ey komm du hast doch A-Bot zu sprayen hab ich A-Bot Leute ne ich hab auf jeden Fall kein A-Bot sonst würdet ihr das sehen oh ehrlich das war krass was ist das okay noch einen Pump den hab ich gewonnen und wir sehen uns beim nächsten tschau Leute bis dann bis dann und schau sind bis dann